Wieder dabei bei Minecraft Big Business. Hallöchen, hallo Aaron, hallo Miu, weiter geht's. Hallo. Hallöchen. Ja, ich muss ja nicht in meinen Flosken da abtauchen. Das ist ja... Es ist jetzt die Frage, wie ich hier diese schöne Kante schön mache. Du... Oh, ich hab halt wieder kein Geld, Mann. Du bist ja eine schöne Kante. Oh, das hab ich so an Nerven. Ich komm hier rüber, ich bin zu fett. Jetzt muss ich den halben Berg abtragen. Oh, du Scheiße, ich hasse mein Leben. Ich dachte, du wolltest dein Berg. Ja, natürlich, aber hier jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne keinen Berg haben. Da möchte ich so eine... Ne, da ist okay. Dann möchte ich so eine glatte Kante mir erstellen und die eventuell dann noch wieder mit Clearstone verkleiden, was natürlich schon ein längeres Projekt wird. Aber es soll natürlich auch gut aussehen. Epic Meal Time. Ja, ich hasse, dass das hier irgendwie nicht so... so rund ist. Ich mag das immer alles gerne akkurat und meine ganze Welt muss natürlich dann dieser Form auch weichen. Hm. Wenn hier der Berg scheiße gewachsen ist, dann muss er halt äh... Weichen. Dann muss er halt vernünftig aussehen dann danach. Genau. Eieieiei. Ja. Ganz oder gar nicht. So ist das einfach. So, Sand, Sand, Sand. Ich habe keinen Sand mehr. Verdammt. Ich hab so viel Kohle. Würde ich mal Kohle haben? Können wir nicht Kohlen Diamanten pressen irgendwie? Einsteck Kohle, ein Diamanten. Tja, warum nicht? Von mir ist noch... von mir ist noch drei Stecks Kohle. Ist für dich egal. Toll, die Verschwendung. Was für eine Verschwendung? Einsteck Kohle. So ein Diamanten. Ja, reiten würde mir reichen. Ach, Hammer. Und was macht die Mio heute? Was ist dein Plan für die Folge? Och, einen Weg zu meinem Haus zu bauen. Echt? Ja, eingerichtet ist es ja jetzt. Okay. Aber... Jaja, wir waren ja letztes Mal da. Da war halt nur dieser... Dieser halt sehr... Was heißt nur... Dieser Weg halt nach oben da. Die Treppe. Das reicht noch nicht, oder wie? Ja. Ich weiß einfach nicht, wie Kürbisse wachsen. Es tut mir leid. Ein fällt von der Pflanze weg. Punkt. Irgendwo hin. Ja, genau. Wo es halt hingeht. Aber wir können auch nebeneinander stehen, oder nicht? Mhm. Klar. Die Pflanzen ja, aber... Die Pflanzen können nebeneinander stehen. Aber da musst du dann auch gucken, dass irgendwie links oder rechts von der Pflanze ein Feißfeld ist. Ja, ist ja. Und da darf natürlich kein Wasser sein. Ja, ist ja. Okay. Und auch kein Weg oder so. Das muss schon Erde sein. Ja, weh... Nee. Weg ist egal. Echt? Ja. Jetzt muss nur noch ein freier Platz sein. Okay. Der Stabile ist mit anderem. Muss ganz Sand sein. Kann Stein sein. Achso, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Oh ja. Tja, jetzt kann ich mir erst mal meine Stacks... Stein... Stein greifen. Zwei Stück und dann kann ich da erstmal Clearstone draus brennen und dieser Clearstone wird dann irgendwie da an die Wand geklatscht. Habe ich hier irgendwo... Ich bin ja noch nicht ganz zufrieden mit was ich hier selber produziere, aber ist egal. Haben wir hier irgendwo ne Wüste? Ich hab ne Wüste bei mir. Ich bin auch keine fünf Meter weggekommen von meinem Bauplatz. Ich weiß nicht was du von mir willst. Ich war noch nirgendwo. Du hast die Wüste? Ja, Mio hat Wüste, klar. Du hat Wüste? Wo denn? Ich hab Birkenwald. Bei mir. Wie, wo denn? Du kannst doch nicht bei Mio irgendwas abharvesten. Geh weg. Wenn du was brauchst, dann sag das Mio Bescheid. Sag Mio Bescheid. So geht das aber nicht. Brauch ich mir ab. Echt. Ich hab kein Geld. Was brauchst du denn, Aaron? Tolles Wirtschaftssystem. Da können wir was aber wieder wegnehmen, wenn wir das gar nicht benutzen. Cent. Du brauchst einfach nur Sand. Ah, Sand. Sander. Sander. Okay. Na, warte mal. Ich hab hier noch ein paar kleine Buchten. So ein bisschen Sand. Dann, wenn es heißt, du musst die Scheiße zahlen. Du machst das selber. Scheiß drauf. Komm mir nicht so. Der geht einfach auf Buchten. Ich hab hier noch fünf Blöcke Sand, das wird reichen. Damit baue ich mir einen Sandmann. Mit dem will ich dann spielen die ganze Nacht. Keine Ahnung. Oh, ich hab einen Huhn gefunden. Dass ich überhaupt irgendwas lebendes finde. Bei mir ist irgendwie... Das ist schon mal nicht schlecht. Ich frag... Aua. Ich bin in den Wald gefallen. Vorher noch der Wipfelkönig. Jetzt nur noch irgendwie der... Ah, ich hab hier sogar Lava. Wie interessant. Vielleicht sterben hier alle Tiere. Wipfelkönig? Was? Ach, das ist schon wieder so ein großer Baum. Ja. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich ein bisschen... Jetzt hast du mich voll angestiftet. Jetzt geh ich raus in die Welt. Die Welt, so wie es mir gefällt. Und alles sieht nicht so akkurat aus wie bei mir zu Hause. Ich hasse es jetzt schon. Ich werd einfach die ganze Welt umbauen. Ist mir scheißegal. Tag und Nacht. Bis wohin ging die Minecraft-Welt? Bis 100 Millionen, oder? Ja ne, bis 10 Millionen war das, oder? Ich glaub bis... Nicht bis 60 oder 6 Millionen? Ich hab irgendwas mit 6 im Kopf, aber... Äh, ich glaub das war bis... Ja, das war ne runde Zahl. Ja? Ja, ich weiß es nicht. Resultiert wohl aus meiner Aussage, dass ich das nicht weiß. Ähm... Keine Ahnung. Und dann ist da irgendwie dann so ne Wand oder so, oder... Keine Ahnung. Ja. Ne Unsichtbar. Oh nein! Invisible Wall. Wieso das? Ja. Ich hab meine Leine. Nicht dabei, aber sonst hätte ich mir hier ein weißes Pferd holen können. Nein! Ich wär der Ritter gewesen. Ich wär der auf dem weißen Pferd gewesen. Wie schade. Hab ich Angst. Kann ich eigentlich mit meinem Pferd durch das Portal reiten? Dann? Was willst du denn dann machen? Dann werd ich bei dir ins Portal reiten und dann werd ich auf meinem weißen Schimmel dastehen und du wirst sagen, oh mein Held! Und ich werde sagen, oh ja, du hast recht. Was? Was? Ja. So wird's laufen. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Müsst du labern tun. Wie? Ich laber nix? Ich sag dir, wie's laufen wird. Es wird dunkel und ich bin irgendwo draußen. Es ist nachts. Ich glaub ich hab äh... Kacka gebaut. Ich werde sterben. Ich weiß es. I knew it. Scheiße. Kacka gemacht? Was? Ich hab Kacka gemacht. Vor Angst. Dicken Angstkiss. Klebrigen dicken Angstkiss. Klebrigen dicken Angstkiss. Alter. Ist kein Scheiß. Jetzt wird's eklig. Jetzt hab ich doch mehr Angst. Ich bin irgendwo draußen in der Wildnis, weil mich Aaron angestachelt hat. Ich bin dämlich. Das ist alles. Ich bin irgendwo den Baum gefangen. Komisch ist aber so. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Eine verfängliche Unterhaltung mit dem Baum, was? Pfff. So, hier gibt's also weiße paar... Weiße Pärtchen. Was? Was macht... Was macht der Power, äh? Und das Pärt? Und packt dem an die Pentile? Was sagt das Pärt dann, Aaron? Mh. Ne, es sagt Pahya natürlich. Echt so? Mann. Das ist kein Scheiß. Ich krieg Albträume. Nur vorne? Von dem Power und dem Perch? Ne, das irgendwo rangefasst wird und dann I macht. Und packt den Perch dann die Pentile? Alter. Mann. Ich wünschte es wäre das Sonnenlicht. Ich vermisse es so sehr, das Sonnenlicht. Klasse. Außerdem kriegt man von Sternenlicht, kriegt man Krebs. Hallo? Hilfe? Ernsthaft? Ja, hab ich gehört. Du kriegst heutzutage von allem Krebs. Hast du noch nicht gelesen? Du kriegst auch von Mondlicht Krebs. Ach ja. Geil. Oh, ich hab ein... Dieses Huhn hat sich einfach spontan selbst entzündet. Läuft? Ich schau in den Spiegel. Krebs. Ja, ja. So ungefähr ist das. So in der Art. Ah! Lava! Oh mein Gott! Da hab ich jetzt nochmal Glück gehabt. Da war ich kurz davor zu verbrennen. Huh. Da hab ich sogar ein bisschen über den Bildschirm gesammert vor lauter. Na ja. So war's. So war's. So war's. Was willst du machen? So war es damals. So war es damals. Das schöne ist, ich hab einfach gebratenes Hähnchen gekriegt von dem selbst entzündeten Huhn. Das ist so nett. Okay, darf ich jetzt Chicken McNugget? Das war ein richtig schönes frisches Chicken McNugget. Direkt aus dem Lava-Bad. Mmmh. Heißer als die Polizei erlaubt. Mmmh. Ja, so ungefähr hat's das angehört. Ach nein. Wo bin ich ja noch gelandet? Ach, das ist gar keine Lava. Das ist hier meine... Meine Butze. Die ich hier sehe. Das sieht ja cool aus von hier. Wow. Meine Butze? Angebrannt? Meine Butze. Nein, meine Butze brennt nicht an. Meine Butze ist unbrennbar. Darfst du mal ausprobieren? Ich hab alles aus Stein, die meisten Sachen zum Beispiel. Stein brennt schlecht, hab ich gehört. Ach, scheiße. Außer meine Scheune, die ist natürlich aus Naturholz. Hast du auch noch Stroh drinne? Ja ne, noch nicht, aber das könnte ich auch mal machen, Strohballen. Will jemand Strohballen kaufen? Ich hab welche zu verkaufen gerade. Wofür brauchen wir... Na warte mal. Wofür brauchen wir die ganze Dach mitmachen? Das war auch eine Idee. Ja. Die Idee hatte ich gerade. Ich kann dir alles... Ja. Ich kann dir alles besorgen, Aaron. Kein Ding. Ich hab alles. Alles aus Stroh. Waffen aus Stroh. Häuser aus Stroh. Schuhe aus Stroh. Betten aus Stroh. Sauerstoff aus Stroh. Oh nein. Geil. Wasser aus Stroh. Wird immer besser. Wird immer besser. Wird immer besser. Echt. Schuhe aus Stroh. Mein Ofen aus Stroh. Okay. Ich muss mal wieder Abenteurern gehen. Ja, ich hätte es ja auch so irgendwie Adventure Time im Kopf. Aber ich habe keinen Bock alleine zu gehen. Wir sollten uns zusammenschließen und eine Abenteuergemeinschaft bilden. Und wenn wir da einen Dungeon finden mit einer Kiste, wen können die dann? Ja, mir. Ja, ne. Dann heißt es Battle Royale. Ach, Quatsch. Erstmal gucken, was drin ist, bevor ich mich da auf Leben und Tod für ein Brot oder so kloppe. Aber du hast die Sachen andere dann noch. Ja gut, dann kannst du die ganze Scheiße nicht tragen und musst die halt in der Kiste dem Dungeon lassen oder was? Hm. Wollt ihr jetzt pennen oder was? Warum gehst du immer von dir aus? Wann? Ja, so ist das einfach. Ja, genau. Egoisten leben länger, weißt du doch. Ich dachte, die sterben früher, aber okay. Nee, warum? Ja, eigentlich leben die länger. So ist das. Ich gebe halt nicht. Mir geht's besser. Boah, die Staatskasse ist auf jeden Fall ein bisschen reicher als ich mit 2000 Münzen. Fast 2100 Münzen. Nicht schlecht. Dass wir schon alles reingespart haben. Gut, dass ich der Bankmanager bin. Warum schläft kein anderer außer ich? Mir geht das voll auf den Keks gerade. Alle beim bitte schlafen gehen. So, jetzt geht's schlafen. Was ist das? Schlafen? Ich kann auch blafen. Scheiße, könnte ich mir mal schreiben. Was? Dynamics Glide Globally Off? Wie habe ich das denn schon wieder geschafft? Achso. Gah. Ja, einfach mal irgendwelche Tasten aus der Tastatur drücken. Lass es glab schauen. Kann ich auch mal machen. Ja und... Pfff. Crashed. Raus getappt, abgebrochen, alles. Du bist so disconnected von dir selber. Ja auch schon. Wie hängt eine Spinne in meinem Fenster. Hallo. Hallo, da gehört die oben nicht hin. Näm' ich überhaupt auf? Ja. So, solange die da kein Netz baut, zahlt es in Ordnung. Bauen wir... Schocker Canes. Schocker Canes. Bitte was? Ach nee. Das Dach muss jetzt unbedingt drauf. Damit fang ich jetzt an. Ich dachte, du wolltest ein Dach aus Stroh haben, Aaron. Weiter Haus dann. Oder hier? Das ist weiter Haus dann. Mein Lager. Mein Lager. Dein Lager. Das ist gut. Das TNT-Lager mit dem Strohdach. Genau. Aus Holz. Ich bin dafür. Like. Like and subscribe. Like and subscribe. Für diese Idee. Echt. Jetzt merke ich, ob sie dämlich besser sind. Oh nein. Gut, dass du das überhaupt noch merkst. Aber na gut. In dein Gesicht. Schmeckt nach. Das. Pfirsich. Mann. Oder Kiwi. Ich weiß noch nicht, was mehrhaarig ist. Was denn los? Du hast damit angefangen. Nein. I know you won it. Mio, hilf Mio. Kann dir nicht helfen. Warum mehr? Ist echt so, oder? Man kann ihm nicht mehr helfen. Du hast dich selbst da reingeritten. Richtig. Seh ich auch so. Danke, Mio. Galopp, 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 galopp. Nicht so. Das ist auch irgendwie so ein enttäuscht Mami. Das haben wir uns jetzt selbst so zu schreiben. So, wir müssen mal eben nochmal hier runterspringen. Und wir eben... Ich... Ist es eine Störung... Ist es eine Störung in der Matrix, oder? Ist es aber einfach heute so? Alles in Ordnung wieder. Ja, alles wieder gut? Nein. Hört sich gar nicht an. So. Das ist mein so. Weiche. Das ist übrigens mein so. Ähm... Ich versuche gerade hier meine Erdwand gegen eine Felswand zu tauschen. Okay. Bleib da ab. Ja, sicher. Ach nein. Das sieht einfach besser aus. Man muss das einfach mal so sehen. Weißt du? Man muss das mal aus meinem Standpunkt hier betrachten. Wenn alles nicht akkurat ist, dann bin ich ganz traurig. Dann kann ich auch nicht schlafen gehen. Dann ist irgendwie so ein bisschen... Okay. 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 Genau. Das ist höchst recht. Genau. Natürlich. So. Natürlich. 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 Nachdem wir das jetzt einigermaßen gelöst haben, das Problemchen, mit einem Becherchen, können wir jetzt... Das sieht doch viel... Das sieht viel charmanter aus. Habe ich doch gewusst. Charmanter. Das war mir doch von Anfang an bewusst. Du, jetzt geht's ans Dach bauen. Ach, ein Dach. Du brauchst ja schon ein Dach. Ja, stimmt. Brauch mein Schnee. Okay. Nee, scheiße, das ist Dach. Das ist Scheiße. Ich hasse es. Ohne jeglichen Grund. Ich hasse es. 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 Bo-do-do. Bo-do-do. Bo-do-bo. Bo-do-boot. Die Themen werden immer besser. Ja, ich weiß, ich weiß. Es sind einfach keine Themen. Wir quatschen einfach, während wir alle versuchen, konzentriert zu sein. Das hat zwar noch nie geklappt, aber wir versuchen es, wir sind stets bemüht, heißt es, ne? Eins plus eins ist zehn. Das stimmt. Ja. Eigentlich elf, aber gut. Ich brauche Kohle. Juhu braucht Kohle. Ja, aber nicht die Kohle, sondern Kohle. Juhu braucht Kohle, achso. Kann ich dir theoretisch auch verkaufen. Ey, das wird teuer. Nein, ich bin da ja willig. Okay. Was kostest du? Also, was ich koste, das kannst du dir vielleicht nicht leisten, aber Kohle ist schon, das geht schon. Ja, wie viel denn? Ja, also Geld. Wie viel Geld? Ja, ich habe mir das noch nicht überlegt. Also, ich gucke mal gerade in die Handelsbibel und da mache ich den guten Preis. Ich muss überhaupt sehen, ob ich selbst überhaupt noch Kohle habe, weil ich habe das klärt. Ich habe das gerade einfach irgendwo in den Fluss geschmissen, weil ich zu viel davon hatte. Was? Ernsthaft? Ja, klar. Ich habe noch zehn Kohle. Nee, das war ein Witz. Das war ein Witz. Nein, das war kein Witz. Ich habe noch zehn Kohle. Punkt. Hä? Dann hattest du ja wohl nicht zu viel Kohle. Doch. Jetzt habe ich nur noch zehn. Ich sagte, ich brauche nicht so viel. Ich habe den Rest ja mal weggeworfen. Scheiß drauf. So bin ich. Ich habe da nie so etwas selbliches gehört. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe es einfach getan. Ich schmeiße Kohle weg. Erze. Kohle 30 Münzen würde ein normaler Kohleblog kosten. Ich verkaufe dir Kohle für fünf pro. Das ist mir zu teuer. Was? Das kostet normalerweise 30, also bitte. Ja gut, das kann ich mir nicht leisten, habe ich doch gesagt. Irgendwie höre ich euch die ganze Zeit nur davon reden, von sowas wie, das kann ich mir nicht leisten. Das ist mir zu teuer. Und irgendwie, wenn keiner Geld ausgibt, dann können wir die Scheiße auch wieder abschaffen. So ist das einfach aus. Punkt. Ja, aber wenn man kein Geld hat, dann kann man auch kein Geld ausgeben. Wo hast du denn dein Geld ausgegeben? Da frage ich mich doch mal gerade ganz fix. An den Steuern. Ach, Quatsch. Ernsthaft. Ich wollte die eigentlich noch erhöhen, weil ich das ein bisschen lasch finde, aber... Das war jetzt kein Witz. Aron Arm. Ja, Aron Arm. Aron sowieso arm. Aron macht ja auch nichts für sein Geld. Aron Arm berechtigt. Aron hat Aron Farm aufgezogen. Wollte gleich erstmal meine Farm aufbauen. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Ausgang ist wieder. Wie, aus deinem Haus? Das ist natürlich scheiße. Ach nee, hier bin ich wieder draußen. Yeah, ich habe jetzt noch eine zweite Truhe gebaut. Chief mit Geld. Hey. Ja, ich habe ja nicht so viele Sachen, wisst ihr ja. Ja. Heute holst du ja Kohle weg. Genau, ja, ist echt so. Glaubt es einfach nicht. Mir egal, es ist wahr, aber so. Ich habe jetzt 14 Kohle gesammelt, siehst du. Nice. Ich brauche Fackeln, deswegen brauche ich Kohle. Fackeln kann ich dir auch verkaufen. Ich sehe nämlich in den Höhlen nichts, deswegen kann ich auch nicht... Arbeiten. Ja, kenne ich. Mich pisst es an, dass hier irgendwie Erde ist. Ich hasse Erde, ich hasse Erde, ich hasse Erde. Hallo, Mr. Hast du, hallo Mr. Zombiemann. Da oben steht mein Prachtexemplar vom Haus. Okay, ach so, Haus. Pfft. Pfff. Was denn? Ja. Gut, dass du das nicht mitgekriegt hast, Mio. Was denn? Aron wollte wieder grad sein, ähm, beste Stücke auf den Markt werfen. Aron. Was? Das stimmt nicht. Nein. Das stimmt nicht. Ich trau dir dazu. Was? Wird immer schlimmer. Du wirfst immer dein bestes Stück auf den Markt. Hui, ich wutsche. Jetzt klappt irgendwie nicht so gut. Jetzt glaubt er, er hat sich zu billig verkauft. Ach, verdammt. Oh ne, was war? Gib's einfach auf, Aron. Jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du dich komplett aus der Verfassung gemacht. Toll gemacht, Mio. Scheiße. Ach ne, ist nur die übliche Verwirrung bei ihm. Ich mach dir keine Sorgen. Was? Was? Preise gehen nun mal in die Höhe. Was redet dich um? Wollt ihr ja labertun. Wir wollten einfach in dein Gespräch anknüpfen. Ich dachte, du machst dir Sorgen um deinen Marktpreis. Ja. Epic Music. Was? So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das alles schön machen. Ich hab überhaupt keine Ideen, aber deswegen würde ich auch mal vorschlagen, dass wir hier eine Miniatur, klitzel, kleine, lustige und vielleicht auch verspielte Aufnahmepause machen. Wie, wie geht nicht? Funktioniert nicht. Was gestorben? Immer wenn ich sage Aufnahmepause. Tschüss. Wiedersehen. Ja, ich hab grad Kohle gefunden. Hallo. Ja, was kannst du in der nächsten Folge machen? Okay. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.